Sticks and stones go break my bones Bad words go never hurt me Hurt me no more Sticks and stones go break my bones Bad words go never hurt me no more You got me Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich hier so ein bisschen über Nachhaltigkeit sprechen und euch erzählen, was ich in meinem Leben so ein bisschen umstrukturiert habe, was ich neu für mich entdeckt habe und gerade in Bezug auf Mama und Frau sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video und let's go! Vorab möchte ich aber noch sagen, ich brauche weder in diesem Video noch in alten Videos oder in zukünftigen Videos irgendwelche Kommentare, die mir sagen, was ich gerade nicht nachhaltig mache. Gut gemeinte Kritik oder Verbesserungsvorschläge kann man natürlich immer auf eine nette Art und Weise äußern. Da ist jeder willkommen. Aber einmal ganz kurz so als Denkanstoß. Ich kann jeden Tag ein Steak essen und jedes Wochenende nach China fliegen mit dem Flugzeug. Trotzdem, die Dinge, die ich hier in diesem Video zeige und umsetze, wenn ihr nur ein dieser Dinge umsetzt, dann ist es schon besser als gar nichts. Also, ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich damit sagen will. Also, jeder ändert das, was er kann. Und ich habe hier einige Dinge gefunden, die jeder irgendwie eigentlich umsetzen kann. Und ganz besonders zum Ende des Videos kommen wir auch zu so ein paar Hygieneartikeln, wo wir Frauen leider ganz besonders gefragt sind, was echt so ein bisschen... Das sind so Game Changer einfach. Alle Produkte, die ich euch zeige, sind natürlich wie immer in der Infobox verlinkt. Wir beginnen mit dem Rasierhobel. Den habe ich noch gar nicht allzu lange Zeit. Ich würde sagen drei bis vier Monate. Und ich habe mich immer davor gescheut. Ihr habt mir schon ganz, ganz oft geschrieben, schafft ihr doch einen Rasierhobel an. Ich war schon abgeschreckt, ehrlich gesagt, von dem Wort. Rasierhobel hört sich einfach nicht so schön an. Dass es wirklich im Endeffekt ein normaler Rasierer ist, war mir auch nicht so bewusst. Also, es gibt die auch aus Holz. Der hier ist jetzt so aus... Eisen. Ich hatte aber Angst vor denen aus Holz, weil die kommen ja halt eben in Berührung mit Wasser. Und ich weiß nicht, wie der dann nach ein paar Jahren aussieht. Der hier ist quasi unkaputtbar. Ist ein Rasierer, ein Rasierhobel von Wilkinson. Und das Gute daran ist, dass ihr nur die Rasierblätter, die hier drin sind, nachkaufen müsst. Das ganze Ding kommt ohne Plastik in Papier verpackt. Ihr habt dann nur, dass ihr euch nicht schneidet, hier diese Dinger, die Rasierklingen, sind in Plastik, dass ihr die hier so rausschieben könnt vorne. Und dann ersetzt ihr die. Die Rasierklingen an sich halten bei mir locker anderthalb Monate. Und am Anfang war ich sehr vorsichtig, weil man schon merkt, die sind echt scharf. Also man muss so, gerade so was die Beine anbelangt, der rasiert super glatt. Einfach so sich ein bisschen so reinfinden, weil die Art des Rasierens dann doch ein bisschen anders ist. Aber es ist einfach, das ist schon ein Game Changer. Wo ihr wirklich nur noch diese Klingen kauft. Ihr habt keine Wegwerfrasierer mehr. Diesen ganzen Plastikschrott, diesen ganzen Müll, diese Verpackungen einfach von den ganzen neuen Klingenaufsätzen, die man da hat. Das ist einfach das Nonplusultra. Und das finde ich, sollte nicht nur jede Frau, sondern auch jeder Mann, der sich rasiert, zu Hause haben. Dann habe ich euch schon mal diese Pads hier gezeigt von Greenzilla. Und zwar kommen die so bei euch an. Das sind Abschminkpads. Die sind hier so drin. Wie viele sind es? 20 Stück. Die sind super weich. Die haben zwei Seiten. Und da könnt ihr euer Gesichtswasser, eure Reinigungslotion, alles mögliche drauf geben. Das ist 100% Organic Bamboo Cotton. Super weich auf der Haut. Und einfach auch. Seitdem kaufe ich keine Abschminktücher mehr und auch keine Wattepads mehr. Dann kommt hier so ein Waschbeutel dabei. Das hängt einfach bei mir im Bad an so einem kleinen Haken. Und da kommen dann die gebrauchten Wattepads rein. Ich sammle dann immer so ein paar und dann kann das ganze Ding hier in die Waschmaschine. Und dann die sauberen kommen wieder hier rein. Ich finde die Box hier eigentlich ganz schön. Man kann sich aber natürlich auch so ein Gläschen hinstellen oder so. Aber mir gefällt die gut, wenn das so im Bad steht. Das ist auch so eine Sache so easy. Wer hat das erfunden, dass man sowas als Wegwerfprodukt braucht? Also manchmal, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, es gibt immer noch so Sachen, da komme ich einfach nicht von los. Zum Beispiel sind wir super Feuchttücher süchtig. Das kam einfach durch die Babys und jetzt haben wir keine Wickelkinder mehr. Und mein Mann und ich, also mein Mann ist eigentlich noch schlimmer als ich, ich brauche ein Feuchttuch. Ich sage, eigentlich brauchst du kein Feuchttuch. Wir sind sogar zu Hause, da ist ein Waschbecken. Oder Zewa, um irgendwie sowas Verschüttetes aufzuwischen oder so was Ekliges aus der Spüle rauszuholen oder so. Wir sind da so verwöhnt und einfach da mal so ein bisschen zu gucken, was kann man denn stattdessen nehmen. Und man kann ja auch alles waschen und das ist echt ein total spannendes Thema. Eine Sache, die ich täglich, wirklich täglich nutze, ihr seht es auch immer auf Instagram, ist meine Kaffeekanne. Oder mein Kaffeebecher, der ist so groß, deswegen ist das eigentlich eine Kanne. Da passt unendlich viel Kaffee rein. Und die werde ich euch auch mal verlinken. Ist deswegen nachhaltig für mich, weil ich einfach viel, viel weniger, also wirklich nur noch bei ganz speziellen Ausflügen oder so, wenn ich mal was Besonderes machen möchte. Ich kaufe nicht mehr diese kalten Kaffees, ich kaufe keinen Kaffee to go mehr. Ich habe einfach diesen Kaffeebecher Müll nicht mehr. Jeden Morgen mache ich mir hier einen halben Liter von meinem Lieblingskaffee rein, der nach zu Hause schmeckt. Und den schleppe ich den gesamten Vormittag mit mir rum. Der kommt morgens mit, entweder wenn ich zur Schule fahre, wenn ich zum Kindergarten laufe, der ist immer mit dabei. Und meistens ist dann noch ein Restchen übrig, wenn ich dann hier zu Hause bin und Videos filme oder schneide. Und dann habe ich auch noch was. Also auf jeden Fall gehört das auch mit in dieses Video. Was mit ins Video muss, ist mein Ausmistwahn. Ausmisten und sortieren. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich bei mir so bleibt. Weil ich bin auch ein sehr sprunghafter Mensch, der sich ganz gerne für Dinge interessiert und dafür total brennt. Seine ganze Zeit da rein investiert und morgen wieder sagt, ach nee, ich habe doch keinen Bock darauf. Dieses Ausmisten. Also es gibt ganz viele Videos von mir, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Mein Schminktisch, das Bad, mein Schreibtisch, die Küche. Ich habe sowas von, also das war nicht normales Ausmisten. Ich habe mich von 100 Sachen wirklich von 85 getrennt. Beauty-Produkte, alles mögliche. Und das, da ist eine Ordnung entstanden, die erstens viel leichter zu kontrollieren ist. Also ich muss viel weniger aufräumen. Aber dadurch kaufe ich viel weniger Unsinn. Gerade wenn ich bei der M bin. Gerade wenn ich bei so Sachen, wo ich immer so schwach werde, so Chibo-Regale. Amazon. Irgendwas abends auf der Couch. Ich werde viel, viel weniger schwach, weil ich meine Regale vor Augen habe und genau weiß, was ich habe. Genau weiß, was ich brauche und genau weiß, was ich nicht brauche. Also es ist tatsächlich so, mein Augenbrauenstift ist leer und ich kaufe mir genau diesen Augenbrauenstift dann nochmal. Nicht, ich gehe zu DM und sage, oh der Augenbrauenstift und der auch. Ich nehme mal beide mit und dann habe ich die auf Vorrat und nee. Also ich weiß wirklich meine klaren Sachen, die ich immer und wieder brauche. Und natürlich probiert man irgendwann mal was Neues aus. Gerade auch so im Hinblick auf Kooperationen oder so. Da bin ich natürlich auch dankbar, wenn ich mal was Neues ausprobieren darf. Das ist echt so. Man sagt das auch oft so. Schon oft gehört, dass Frauen in den 30ern sich so finden. Ey, das kann ich so unterschreiben. Habt ihr das auch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie lost ich manchmal in meinen 20ern war oder noch früher. Und jetzt bin ich so... Also ich bin immer noch in meinem Gehirn völlig lost und... Aber ich bin irgendwie so anders. So komisch, warum labere ich jetzt eigentlich darüber? Also ausmisten, umstrukturieren ist echt ein Start für was ganz Besonderes. Kommen wir zum Thema Küche und Brotdose. Habe ich euch in einem Brotdosen-Einschulungsvideo, glaube ich, gezeigt. Bienenwachstücher. Kannte ich gar nicht. Und Bienenwachstücher, das Set, was ich euch jetzt verlinke, da sind drei verschiedene Größen drin. Das hier ist das mittlere, das hier ist das kleine und dann gibt es ein noch größeres. Und die kommen zusammen mit so einem Knöpfchen und so einem Band, wo man die zubinden muss, muss man aber nicht. Das ist so ein bisschen... Ja, Bienenwachst, das fühlt sich auch fast so ein bisschen an wie Knete. Also man kann das total formen. Und das ist ein Ersatz für Frischhaltefolie oder für Alufolie. Braucht ihr einfach nicht mehr. Wenn ihr das Brot, das Sandwich oder Kuchen, irgendwas in der Brotdose nochmal separat einwickeln möchtet, dann macht ihr das da rein. Dieses Ding kann man unter warmem Wasser hervorragend ausspülen. Das macht auch voll Spaß, weil unter warmem Wasser wird das so weich. Natürlich, das besteht aus Wachs. Ich kann euch noch nicht sagen, ob diese Dinger ewig halten, aber wir haben die so auch so zwei, drei Monate, würde ich sagen. Und jeden Tag im Gebrauch. Ich finde die einfach mega. Die Kinder, die falten die dann in der Schule wieder so ein. Blablabla, das kann man winzig klein machen. Und dann ist das so in der Brotdose und zu Hause nehmt ihr die unter warmem Wasser, spült die wieder ab und dann könnt ihr wieder was Neues damit verpacken. Ich habe mich natürlich hier für ein Motiv mit Blumen und Pilzen entschieden. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Motive. Auch ein absoluter Game Changer. Eine Sache oder ein Produkt, die eigentlich in diesem Video überhaupt gar nicht stattfinden dürfen, weil es einfach, ich glaube, ich weiß nicht, es besteht glaube ich aus Silikon und es kommt glaube ich von sehr weit weg. Aber irgendwie wollte ich es trotzdem mit hier reinnehmen, weil es trotzdem für mich jetzt in dem Sinne nachhaltig ist. Die Anschaffung ist nicht nachhaltig, aber dadurch kaufe ich jetzt viel, viel weniger Eis, was ja auch wieder verpackt ist. Also, es geht um diese beiden wunderschönen Eisförmchen. Das ist das süßeste Eis, was ich jemals gesehen habe. Also das ist so eine Silikonform, das kommt als Zweierpack, also die kriegt ihr dann beide. Die haben hier so einen Deckel und diese Stiele hier unten rein. Ich habe ganz viele Rezepte rausgesucht für Schokoladeneis, für Vanilleeis, für Eis aus Smoothies. Also richtig gesunde Eissorten, selbstgemachte Eissorten. Diese Größe ist perfekt für schon ganz, ganz Kleine, für Kleinkinder. Ihr könnt übrigens auch Muttermilcheis machen, habe ich auch schon mal gemacht. Es gibt so viele coole und gesunde Eissorten, die man machen kann. Und dann macht ihr das einfach hier drauf, stellt es in den Gefrierer. Dadurch, dass das aus Silikon ist, lässt sich das super leicht lösen. Und es hat so eine süße Form. Ja, ich kann einfach nicht genug davon schwärmen. Setze ich euch mit rein und natürlich, wenn man die zu Hause hat, kauft man einfach viel weniger Eis. Der Frühling kommt, der Sommer kommt und ihr habt immer vielleicht ein gesundes, vielleicht ein nicht so gesundes Eis. Was mir dazu einfällt, ich habe euch ja schon ganz oft von InnoNature das Kids-Immunpulver vorgestellt. Also für alle, die sagen, mein Kind ist nicht so gut Obst und Gemüse. Ich habe immer Angst, dass da nicht genug ankommt. Oder für alle, die sagen, mein Kind ist ständig krank. Wir kommen gar nicht raus aus dieser Krankheitsphase. Dann empfehle ich euch hier nochmal das Kids-Immunpulver von InnoNature. Ich verlinke euch das. Für InnoNature habe ich immer einen 10% Rabattcode dauerhaft. Und das kann man super gut in Eis reinmischen. Also ihr macht irgendein Smoothie-Eis oder ein Erdbeermilch-Eis und mischt das da rein. Und die Kinder merken das nicht. Also das ist geschmacksintensiv. Wenn ihr das nur mit Wasser mischt oder so, dann ist das schon so. Macht ein bisschen Zucker mit rein, macht Honig mit rein, Agavendicksaft, irgendwas, eine Zuckeralternative. Dann bin ich mir sicher, dass das auch der krasseste Sherlock Holmes aus einem Eis nicht schmeckt. Wo wir gerade beim Thema InnoNature sind, will ich euch da auch, gerade was Nachhaltigkeit betrifft, die Beauty-Produkte ans Herz legen. Ich erzähle euch ganz oft von der Darmkur, von meinen Vitamin-D-Tropfen und so weiter. Die Beauty-Produkte von InnoNature, die sollten bei mir, finde ich, auch mehr Platz haben. Weil gerade nach meinem Ausmistwahn habe ich gemerkt, wie oft ich die eigentlich benutze. Und da soll in Bezug auf Nachhaltigkeit mein Augenmerk besonders auf das Body Oil fallen. Das Körperöl von InnoNature ist mit Jojobaöl, Avocadoöl und Marulaöl. Alles von InnoNature ist vegan und PETA-approved. Ich kann euch die Inhaltsstoffe nochmal vorlesen. Bio-Jojobaöl, Bio-Avocadoöl, Bio-Aprikosenkernöl, Bio-Marulaöl, Bio-Kalendulaöl, Bio-Mandelöl und echte ätherische Bioöle. Und zwar Orange und Lavendel. Also der Geruch davon ist ganz besonders toll. Warum ist das jetzt noch besonders nachhaltig? Erstmal sind die Produkte von InnoNature sowieso alle nachhaltig. Zusätzlich spendet ihr bei jeder Flasche und jeder Dose, die ihr bei InnoNature bestellt, eine Schulmahlzeit in Afrika. Und das hier ist nochmal besonders nachhaltig, weil ich mich dadurch nicht mehr eincreme. Also wenn ihr aus der Dusche oder aus der Badewanne kommt und noch eine nasse Haut habt und dann so ein paar Tropfen nur von diesem Körperöl überall verteilt, ich benutze das auch fürs Gesicht, aber es gibt auch ein extra Face-Öl. Vielleicht wollt ihr euch das so als Pack bestellen. Und dann zieht das so ein, dass ihr danach keine Creme und schon gar nicht mehr Body-Lotion braucht. Also deshalb ist das so ein All-Time-Favorite von mir. Das hier ist übrigens das Face-Öl. Das ist aber die kleine Version davon. Es gibt auch noch natürlich eine große Flasche, die dann mit so einer Pipette kommt. Das sind so meine Lieblingsprodukte in Bezug auf Nachhaltigkeit von InnoNature. Link und Rabattcode findet ihr wie immer in jedem Video sowieso in der Infobox. Dann haben wir zum Thema Einkaufen. Das hat lange gedauert. Bei meinem Mann ist es immer noch ein Prozess. Ich weiß nicht, wie das kam. Wir sind auch, glaube ich, nicht so aufgewachsen, dass wir tatsächlich früher einkaufen gegangen sind und wir haben kein Körbchen oder Tüten mitgenommen. Und wir haben uns jedes Mal wieder Tüten gekauft. Das ist schon lange her. Das mache ich schon lange nicht mehr, aber mein Mann verpeilt es bis heute noch. Und wir haben jetzt eben diese Säckchen, ich denke, die kennt ihr. Da tut ihr Obst und Gemüse rein, könnt das so abwiegen und müsst dadurch keine Plastiktüten mehr für Obst und Gemüse kaufen. Die bekommt ihr aber auch in jedem Supermarkt oder Lebensmittelhändler. Und dann einfach so, ganz einfach, holt euch einen schönen Einkaufskorb, den ihr immer mit dabei habt. Habt Körbchen oder Taschen, Jutebeutel immer im Kofferraum. Da passiert euch auch sowas nicht mehr. Also ich ärgere mich dermaßen, wenn ich irgendwo bin und das vergessen habe. Und ärgere mich auch so über mich selbst, dass das früher normal ist. Weil sowas wie eine Tütentüte oder eine Taschentasche, die man dann in der Küche stehen hat, wo voll viele Plastiktüten drin sind. Das ist echt unfassbar nervig und so sinnlos. Was auch so ein bisschen mein Leben verändert hat, sind feste Deos. Also es hat angefangen mit dem Deo von Indonature. Das ist nämlich in so einer Dose drin. Das ist eine Deo Creme. Da muss ich sagen, das riecht total toll. Also es tut einfach alles, was ein Deo tun soll. Vom Geruch her, vom Schwitzen her, alles. Aber ich komme mit dieser Art noch nicht klar. Vielleicht gewöhne ich mich da dran, aber mit Deo Creme, das dann mit dem Finger so aufzutragen. Ich will schon so einen Stick haben. Und dann ein Stick, der sogar noch in Papier ist und nicht in Plastik. Das ist wirklich, finde ich, so cool. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Dass man einfach diese Deodosen einfach nicht mehr braucht. Und man braucht eine Zeit lang, um sich daran zu gewöhnen, finde ich. Aber das ging bei mir sowas von schnell. Und jetzt habe ich tatsächlich auch ein ganz befremdliches Gefühl, wenn ich mir was unter die Achsel sprühe. Also ein Parfüm ist nochmal was anderes. Ich benutze auf jeden Fall noch Parfüm, aber das kommt ja nicht so. Wisst ihr? Was bei mir jetzt auch, hört sich erstmal voll eklig an, aber ich wasche weniger. Beziehungsweise meine Mutter hilft mir sowieso ganz viel bei der Wäsche. Aber es liegt auch ein bisschen mit daran, dass die Kinder größer geworden sind. Dass die nicht jeden Tag komplett dreckig sind. Aber dass ich ganz oft gucke, was muss jetzt wirklich in die Waschmaschine. Oder wo ist irgendwie was drauf, wo man auch einfach mal kurz mit einem nassen Waschlappen so drüber reiben kann. Dann hängt man das irgendwo drüber und kann das morgen wieder anziehen. Wisst ihr, was ich meine? Also natürlich Unterhosen, Socken. Aber ganz viel, auch gerade von den Kindern, kann man einfach mal so kurz irgendwo... Also dass weniger die Waschmaschine läuft. Wisst ihr? Das geht. Da muss man mal drauf achten, dass man nicht alles jeden Abend in den Wäschekorb schmeißen muss. Genauso auch mit dem weniger Waschen, finde ich, weniger Spielzeug kaufen. Das war ja früher so... Ich habe es geliebt, Spielzeug zu kaufen und lieb das heute noch über alles. Aber ihr habt das schon in ein paar Videos mitbekommen. Und ich habe euch auch zwei Videos gefilmt. Ein Video Spielzeuge, die ich nie wieder kaufen würde. Und ein Video Spielzeuge, die wirklich Sinn machen. Also diese beiden Videos gibt es schon, wenn ihr euch dafür interessiert. Was ich wirklich für Spielzeuge kaufen würde. In welchem Umfang erzähle ich euch da auch alles. Und wie viel man wirklich auch gebraucht kaufen kann. Wie viel man wirklich auch selber machen kann. Und es dann viel wertvoller und schöner ist. Also das gehört auf jeden Fall auch mit rein in dieses Video. Und jetzt kommen wir zu den Hygieneartikeln. Wo ich echt am Anfang... Ich habe viel ausprobiert. Und es geht um die Menstruation. Ich habe viel ausprobiert. Ich komme bis jetzt nicht klar mit einer Tasse. Ich komme bis jetzt nicht klar mit Periodenunterwäschern. Was ich benutze, sind Tampons und Slip-Einlagen. Das ist halt das, womit ich mein Leben lang schon klarkomme. Und mit anderen Dingen kam ich halt nicht klar. So, jetzt ist halt die Sache... Das ist richtig, richtig ökologischer Scheiß. Man hat richtig viel Müll. Und man hat auch immer Müll, wenn man auf der Toilette sitzt. Oder irgendwie im Bad ist. Und dann sind auch bestimmt ganz viele davon verleitet, das Ding einfach in die Toilette zu schmeißen. Was man auch nicht machen soll. Und es ist alles irgendwie so unpraktisch. Es ist auch teuer. So, und ich habe jetzt zwei Dinge gefunden. Die sind vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen so... Boah, echt jetzt? Aber für alle, die Bock haben, da was zu verändern. Ich habe Dinge gefunden, die sind so ähnlich. Und so verrückt. Aber damit kann man davon wirklich wegkommen. Und man hat was richtig Nachhaltiges und muss es nicht immer wieder nachkaufen. Haltet euch fest. Ich fange an mit Slipeinlagen. Das ist ein bisschen sanfter. Und dann kommen wir zu dem Ultra-Produkt, wo ich so dachte, oh mein Gott, probierst du das jetzt wirklich aus? Aber ja. Ist von... Bombeau. Zero Waste. Und zwar kommen Slipeinlagen, nachhaltige, wiederverwendbare, waschbare, so bei euch an. Es gibt die in ganz verschiedenen Farben und Formen und in verschiedenen Dickegraden. Je nachdem, ob ihr die so im Alltag tragen wollt oder für die Periode. Und da sind fünf Stück drin und ein Beutel zum Waschen. So. Das Ganze sieht so aus. Der Beutel ist auch so schwarz. Finde ich immer am einfachsten, weil wer weiß, wie sich das dann sonst wie verfärbt. Jetzt sieht das Ganze so aus. Das sind die kleinsten, die ich finden konnte. Die sind schwarz. Das hier ist die Unterseite, die also im Slip drin liegt. Und dann könnt ihr die mit einem Knopf verschließen. So haben also quasi Flügelchen. Slipeinlagen normalerweise haben ja irgendwie so eine Klebeunterlage. Und deshalb hier gibt es Knöpfe. Es gibt so zwei Stufen, entweder so kleiner oder größer. Und oben drauf sieht die Struktur so aus. Ist super weich. So eine Art, ja, fühlt sich an wie so Vlies oder so. Ganz, ganz weich. Und das ist super saugfähig. Ich zeige euch das jetzt kurz. Also habt ihr jetzt gesehen, hier unten bleibt es trocken. Es zieht super schnell ein. Und wenn dann Hautkontakt besteht, das ist komplett trocken hier oben. Das ist halt irgendwo hier drin. Also das funktioniert richtig gut. Das sind jetzt die, da steht drauf für leichte Tage. Es gibt die auch noch in größer und saugfähiger. Also die sind einfach genial. Das macht so Sinn. So, und jetzt kommen wir zum krassesten. Es kommt in so einem Beutelchen an. Ich habe mir jetzt erstmal drei Stück bestellt, um zu testen. Und zwar kam ich ja mit allem Möglichen nicht klar, sondern nur mit Tampons. Und dann habe ich nach einer Tampon-Alternative gesucht. Und ich bin auf was gekommen, was jetzt erstmal echt komisch aussieht. Aber das ist einfach ein Tampon. Und zwar geht es um diese Schwämmchen hier. Das sind Schwämmchen, die immer wieder neu wachsen. Das ist ein natürliches Produkt. Das hat hier einen Faden. Das sieht jetzt hier groß aus. Aber das macht man natürlich halt erst klein. Und dann kann sich das vollsaugen. Das drückt man halt so zusammen, dann ist das klein. Und dann ist das genauso wie auch ein Tampon. Und es hat auch einen Faden. Es gibt diese Schwämme, diese Menstruationsschwämme, nennen die sich, auch ohne Faden. Da hatte ich ein bisschen Angst. Tatsächlich hat so ein Schwamm auch noch andere Vorteile, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel, dass die komplett anpassungsfähig sind. Also wenn man mal ehrlich ist, so ein Tampon, das hat ja halt so eine vorgegebene Form. Und so ein Schwamm halt gar nicht. Der passt sich komplett der Körperform an und ist nicht so starr. Und deshalb ist es eigentlich angenehmer. Man muss natürlich darauf achten, dass man die ordentlich reinigt. Also wenn ihr die ausprobieren wollt, lest euch da auf jeden Fall alles durch, wie man die am besten reinigt. Es gibt da verschiedene Arten. Es gibt die auch genauso wie Tampons in verschiedenen Größen. Und das könnt ihr euch mal durchlesen, wie diese Schwämmchen wachsen, wo die wachsen. Und dass die immer wieder nachwachsen, wie nachhaltig das Ganze ist. Es ist super überlegt. Die kommen halt eben in diesen Säckchen und es kommt so eine Dose mit dabei. Die ist so mit einem Drehverschluss, also dass ihr auch wirklich dicht hält. Sprich, wenn ihr unterwegs seid. Das sieht gewöhnungsbedürftig aus, ist aber vom Gefühl her ganz genauso. Und man muss sich einfach, wie bei allen Sachen, einfach dran gewöhnen. Ich finde es so krass, dass ich jetzt diese Dinger einfach nicht mehr kaufen muss. Aber ich denke, das ist so die Zukunft. Es ist auch, finde ich, bei allen Dingen, die ich euch hier so gezeigt habe, auch so eine Sache, die auch gerade nicht nur als Frauen uns besonders betrifft, sondern auch als Mütter unseren Kindern vorzuleben, wie die Welt funktioniert. Ob ich jetzt meinem Kind vorlebe, dass es normal ist, sich mit einem festen Shampoo die Haare zu waschen oder alles aus einer Plastiktube kommt. Ob ich meiner Tochter vorlebe, was sie bei der Menstruation benutzen kann. Ob ich meinen Kindern vorlebe, wie viel Beauty-Produkte man braucht. Wie man einkaufen geht mit einem Körbchen oder mit einem Beutel. Oder ob man sich immer wieder neue Tüten kauft. Wie bewusst kaufe ich ein. Wie viel Schrott kauft man. Wie viel Müll produziert man. Also das ist auch so ein Ding. Da sind wir halt auch gerade als Mütter so ganz besonders auch gefragt. Ja, ich hoffe, die Message ist irgendwie angekommen. Ihr könnt auch was Gutes tun, indem ihr das Video teilt. Verschickt den Link an eure Freundinnen, die auch Mütter sind. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Und hoffe, wir sehen uns gesund und mutter beim nächsten Video wieder. Ciao!